Yo Leute, ich habe ja ein neues Unboxing für euch. Also dieses Mal wieder ein anderes Stück, aber irgendwie mit einer anderen Verpackung. Also ja, okay, offensichtlich ist das sehr gut verpackt. Oh, ziemlich gut verpackt. Und ja, okay, was haben wir denn da? Das ist das Kompany, wir sind bekannt für. HELL?